Hey, spiel mir doch mal was am Cajon vor. Hm, aber was soll ich denn jetzt spielen? Und so geht es vielen Musikern zu Anfangs. Doch es gibt eine einfache Lösung und im heutigen Video machen wir mal ein System durch, das in der Musik gängig ist und wir Musiker, besonders Drummer oder Cajon-Spieler, ins Gefühl bringen sollten. Und das Gute daran ist, wir haben dann auch einen kleinen Plan, wenn wir mal spontan jammen oder jemandem was vorspielen wollen. Aber, und das ist auch die Aufgabe eines Trommlers, egal ob Cajon oder Schlagzeug, wir führen so die Musiker, so durch ein Musikstück. Okay, das bedeutet, wir haben immer ein viertaktiges System, das aus Dreitaktig-Roof und einem Takt-Fill besteht. Und zuerst, um es auch zu verstehen, wer es noch nicht weiß, was ist ein Takt? Ein Takt ist immer von diesem Zeichen oder Strich bis zum nächsten und wird in der Regel in einem Viervierteltakt, wie hier als Bruch, zu sehen geschrieben. Es gibt natürlich noch andere Taktarten, wie Dreiviertel oder Zweiviertel, aber für heute bleiben wir bei einem Viervierteltakt. Wie der Name es schon sagt, ein Viervierteltakt besteht also aus Viervierteln und kann somit auf acht Achtel oder 16 Sechzehntel unterteilt werden. Gut, mal so viel dazu. Jetzt nehmen wir als Beispiel diesen Achtelgroove und spielen diesen drei ganze Takte lang. Diese Prozentzeichen bedeuten in der Musik Wiederholung, also wir wiederholen den ausgeschriebenen Takt so oft, wie das Prozentzeichen geschrieben wird. In dem Fall zweimal. Also wird der Groove insgesamt dreimal gespielt. Drei ganze Takte. Also eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und und im vierten Takt kommt dann ein Füll. Für diejenigen, die es auch nicht wissen, ein Füll ist praktisch entweder eine Andeutung, dass wir jetzt die Viertakte gespielt haben oder auch als Übergang, dass jetzt in einem Musikstück was anderes kommt, also zum Beispiel von der Strophe zum Refrain, beziehungsweise lockert es unser Spiel auch ein wenig auf, damit es nicht zu eintönig klingt. Und nebenbei, diese beiden Punkte bedeuten, dass wir das Ganze wiederholen. Also es ist ein Wiederholungszeichen, dass wir die ganze Zeile noch einmal spielen sollen. Aber, ganz wichtig, zum Üben spielt jede Zeile immer öfters. Also in der Regel sagt man, nach zwölf Wiederholungen fängt man erst an zu üben. Okay, ein Cajon-Spieler bringt so dann erstens etwas Abwechslung in sein Spiel und führt, wie anfangs gesagt, die Musiker oder die Bandmitglieder so durch ein Musikstück. Denn so weiß ein Gitarrist zum Beispiel, okay, jetzt war es das vierte Mal, dann das achte Mal, zwölfte Mal und so weiter. Und das nennt man ein viertaktisches System und sollte jeder Musiker abspeichern und letztendlich einfach so dahinspielen können. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele und am besten, ihr spielt mit mir zusammen diese Mal durch. Und wer die Noten haben möchte, der bekommt sie auf meiner Tipi-Seite. Der Link ist unten in der Beschreibung. Also, rauf auf euer Cajon und los geht's. Gut, im ersten Beispiel spielen wir den Groove Bass-Tipp-Ton-Tipp-Bass-Bass-Ton-Tipp in der Hand-to-Hand-Variante. Das Ganze also dreimal und dann schöne Achtel als Ton. Also, eins und zwei und drei und vier und. Das Ganze ist ein paar Beispiele. Beim zweiten Beispiel spielen wir bei dem Füll auf der Zählzeit 1 und 3 einen Bass. Das Ganze ist ein paar Beispiele. Untertitelung des ZDF, 2020 Im dritten Beispiel bauen wir eine Sechzehntel-Variante ein, die ich sehr cool finde. Da zählt man am besten 1 und die 2 und 3 und 4 und. Und der Handsatz ist rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier spielen wir im nächsten Beispiel mal einen Bass als Alternative dazu. Und der Handsatz ist rechts, 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 links. Man kann das Ganze auch zweimal anwenden. Man kann das Ganze auch zweimal anwenden. Ihr könnt dann natürlich den Groove, je nach eurem Label, auch ändern. Also nehmen wir mal im nächsten Beispiel diesen. Und spielen als Füll eine weitere Sechzehntelform. 1, C und D, 2 und 3 und 4 und. 1, C und D, 2 und 3 und 4 und. 1, C und D, 3 und. Auch hier spielen wir die Sechzehntel dann zweimal hintereinander. Also 1, C und D, 2 und 3 und D, 4 und. 1, C und D, 2 und 3 und D, 4 und. 1, C und D, 3 und 4 und. Untertitelung des ZDF, 2020 Als nächstes bauen wir auf der Zielzeit 3 eine Pause ein. Und zum Schluss nochmal eine Variation, die ich gerne benutze. Und da spielen wir auf der Zielzeit 3 und 2 Sechzehntel. Also 1 und 2 und 3 und die 4 und. 1 und 2 und 3 und die 4 und. Und der Handsatz ist rechts, links, rechts, links. Pause, 2 schnelle Sechzehntel mit rechts, links. Und dann nochmal 2 Achtel auch mit rechts, links. 5 6 6 7 7 8 9 10 10 Super, da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, aber mir geht es heute hauptsächlich mal um das System. Gut, bevor wir das Ganze jetzt in Sechzehntel machen, wenn dir das Video gefällt und auch weiterhilft, dann lass doch ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das unterstützt du meinen Kanal. Und wer die Noten haben möchte, so den ganzen Übungen, die bekommst du auf meiner Tippie-Seite. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, beansprucht das Erstellen so in den Videos immer sehr viel Zeit und auch Geld. Also unterstützt mich ein wenig und vielen Dank dafür. Gut, dann das Ganze in Sechzehntel. Am Anfang starten wir genauso wie bei den Achteln. Also ganz einfach. Sechzehntel werden 1 I und die 2 I und die 3 I und die 4 I und die gezählt. Und unser Groove ist ein Bass, Tip, 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 Ton, Tip, 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 Bass, Tip, Bass, Tip, Ton, Tip, Tip, Tip. Spiel den Groove also wieder drei Takte und dann erstmal ein einfaches Füll, um uns daran zu gewinnen. Spiel den Groove. Im nächsten Beispiel lassen wir bei dem Füll von den Sechzehnteln den letzten Schlag weg und spielen immer rechts, links, rechts. Spiel den Groove. Spiel den Groove. Dann können wir auch mal den zweiten Schlag weglassen und das sind gängige Handsätze. Also rechts, rechts, links, rechts, rechts, links und achtet da auf eine saubere Pause, denn der linke, der erste linke Schlag fehlt. Bis zum nächsten Mal. So, dann mal beides zusammen. 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 Und im nächsten Beispiel haben wir dann eine kleine Pause auf den Zählzeiten 2 und 4. Bis zum nächsten Mal. So bauen wir mal ein paar Bassschläge ein. Die ersten 4 Schläge spielen wir als Ton und die nächsten 4 Schläge als Bass. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze kann man auch umdrehen. Bis zum nächsten Mal. Hier eine weitere Variante. Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss noch was Schnelles. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn du jetzt was über Technik erfahren möchtest, dann schaue dir die folgenden vorgeschlagenen Videos von mir an. Bis zum nächsten Video.